hallo und herzlich willkommen beim nächsten video von drei generation ja wie ihr seht sind wir gerade im mietwagen und fahren einfach mal durch die berge in den ort in den ort nach morgan ich weiß nicht was es da zu sehen gibt aber wir haben ja unseren guide hier her führt aber leider selber nicht weiß woher müssen nachdem wir uns jetzt ein mietwagen gemietet haben haben wir einen spontan ausflug nach puerto morgan gemacht relativ klein und gleich werden wir noch ein bisschen weiter fahren wohin wissen wir auch noch nicht aber das werte ja gleich sehen ob wir dann auf wirklich kleinen straßen in den bergen landen oder wieder im hotel nachdem wir von dem ort namens wie ist ja auch mal wie ist der offenbar war morgan genau nachdem wir von puerto morgan wieder zurückgefahren sind haben wir das seater entdeckt und werden das jetzt erkunden unserer tour im sita geht es jetzt wieder zurück ins hotel wir haben hier fast 30 grad und ja vor allem hier drin ohne klimaanlage ist es wirklich sehr warm wir empfehlen wir empfehlen autowett was war der vorhin das auto ist sogar mit 50 ps sehr schnell in den bergen also 2 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen bei 3 Generation Rot-Blau. Wie es am nächsten Tag weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.